Nein, diese scheiß Paletten! Da warst du ja der hängt. Da warst du noch zwei. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie gern machen so ein bisschen. Ja, ne. Und durch. Das ist gut. Obwohl, dann hab ich Adrenalin. Swinny! Ja! Swinny! Yahoo! Lauf! Lauf! Ja geil! Boah, ich freu mich die Reihe zu spielen. Ich hab grad Hype. Oh Sven, du musst so viel streamen. Wieso? Ja, ich bin nicht da. Ich spiel Mass Effect. Ey, jetzt kannst du auch streamen. Nee, Sven, das geht nicht. Doch, das geht nicht. Ich kann nicht streamen. Das macht jeder. Und meine Lieblingsspiele kann ich nicht streamen. Ah ja. Da taug ich über die Welt ein, statt darüber zu reden. Ja, kenne ich. Kennst du da nichts, Sven? Wirst du es dann bei dir? Nee, ich weiß nicht. Was ist dein Lieblingsspiel? Dass du nicht in die Welt eintauchst, ey. Ey, das ist mein Lieblingsspiel. Ja, was ist dein Lieblingsspiel? Jetzt kommt Pokémon. Kannst du nicht eintauchen. Pokémon kannst du wirklich nicht eintauchen. Das ist ja keine Story. Was willst du da eintauchen? Und ich werd mit 12 weggeschickt von meinen Eltern. Toll. Geh mal in die Welt, Junge. Ich hab... Ja nicht mit 10, bitte. Ja, mit 10, okay. Mit 10. Mit 10, hau ab. Der Kühlschrank ist für mich. Sammelt mal ein paar Tierchen. Ohne Lage. Oh, Mann. Oh, nee. Ich glaub, das ist die Kotzerin bei der Welt. Nee, ich seh hier Bären fallen. Trapper. Oh, nee. Trappadoni. Ich geh ins Haus hoch. Und wir haben einen Afkala. Oh, wie geil ist das denn? Geil. Hau rein, halt. Hey, David, ich hab dich grad gesehen. Du bist grad... Du hast ja grad durchgesprungen. Juhu, hallo, Yannick. Und abcada drin ist bei mir. Nee, nee. Wie bewegt sich ganz schön. Aber was ist unser Lieblingsspielst du? Du, ich hab kein richtiges Lieblingsspiel. Du, ich hab kein richtiges Lieblingsspiel. Also... Ich hab halt viel Spiele lieben gefallen, aber so ein wirkliches Lieblingsspiel habe ich nicht. Kommt da? Kommt hoch. So werde ich jetzt sagen, das ist das Shooter oder so. Ja. Ist dann... Dann würde ich so sagen, hier Rainbow gefällt mir halt am besten so mit. Wie in der Taktik halt. Mhm. Ja gut, da kann ich... Er sitzt da oben. Ja, Yannick, er kommt hinterher. Ja. Lol. Er hat daneben geschlagen. War da nur böse. Er läuft noch bei dir hinterher. Alles okay. Ja, ma... Rainbow weiß ich halt nicht. Rainbow ist halt so... So langsam. Ja... Ich mein, Rainbow hat... Natürlich hat... Rainbow hat Spaß gemacht. Aber... So... So im Vergleich habe ich so... Habe ich mehr Spaß an CSern als an Rainbow. Tito. Ja, aber... So Rainbow... Habe ich halt damit... Halt hier auf der PS4 zum Beispiel gespielt. Ich spiel mit ihm. Oder meistens alleine, ne? Ja. Und ich finde Rainbow kannst du besser alleine spielen als CS. Das stimmt. Aber das finde ich nicht unbedingt einen Grund, ähm... Zu sagen, dass das besser ist. Alleine? Würde ich sagen, ja. Aber es wäre für mich kein Kriterium für die besseren Shooter. Scheiße. Ja, mach... Mach weiter. Ist okay. Oh nein. Dann lässt die Gegenstände fallen, Yannick. Du musst nicht merken, wo du gehauen wirst. Am Boden. Warum? Weil die Gegenstände fallen lässt. Er hat das Perk dabei. Aha. Gut, dass meine Taschen so leer sind wie... Ja, ja. Der, der da unten rumgammelt bei Yannick, der hat man gerade verkackt. Ja, doppelt. Der wollte gerade hochgehen. Jetzt hat er sich gedacht, uh... Jam, jam. Yannick, am besten nach hinten. Lauf nach hinten, nach hinten, nach hinten. Na gut. Nicht da lang. Der kommt nämlich in deine Richtung. Ja, aber er hat ja noch... Oh, oh. Er lässt sie fallen. Oh, Yannick! Yannick! Was macht ihr? Was seid ihr denn da? Du hast nicht gesagt, dass er in der Werdenfalle liegt. Ja, Sven, du musst carryen. Ja, hab ich auch nicht gesehen. Der hat ihn nicht platziert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt, Sven, du musst mich holen, ich muss wegrennen und dann... Äh, ja. Dinget. Svenny! Das wird nix! Ah! Los, ran! Wah! Jawohl! Svenny ist Meister auf Universe! Hau rein, Keule! Gehen wir in den... Ich bin weit weg Sven, du brauchst den Tank! Rennt! Ich bin weit weg Sven, du brauchst den Tank! Flieht, ihr Narren! Oh mein Gott! Yannick, wo bist du hin? Äh, anders... Ich bin rechts abgebogen. So, alle gerettet. Sven, du bist damit... Nein, Blattfalle! Jeder darf mal reintreten, oder was? Oh mein Gott! Aber egal, alle gerettet! David! Hi, was geht ab? Tschüss damit! Heilen! Okay, ich häng. Er kommt hierher! Er kommt hierher! Er kommt hierher! Er kommt hierher! David! Boah! Hat euch weggenatzt! Ich hab ihn geblendet! Euch! Die zweite Person kommt gleich noch! Nein! Der Ju! Smoky! Ich hab ihn geblendet! Der Random Sucks hab... Was ist denn das mit dem Random, ey? Ist bei dir ne Bärenfalle Sven? Äh, ich seh keine aktuell! Okay, wir tot! Bestimmt im Gras links von... Der Rune ist kaputt gemacht! Ja, heilen, warte! Ich muss struggeln! Jo, 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 jo! Der Random will glaub ich abfarmen! Komm, Sven, schnell! Dann holen wir David! Der wird jetzt... Sven, was? Der wird abgefarmt! 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 zu Killerhütte. Danke. Nee, nee. Ich versuche, mich hier wegzukriegen. Jetzt kannst du ihn zu Killerhütte bringen. Jetzt ist es mir egal. Ja, er hat mich schon verloren. Oma! Ich mach jetzt n'Gan. Ich mach jetzt n'Gan. Der Killer kann mich machen. Ich mach jetzt n'Gan. Jawohl, Herr, es hat ihn. So. So, warte mal. Wo hat er mich noch mal runtergerauert? Ist mein Gegenstand jetzt weg? Ja, okay. Mein Gegenstand ist jetzt auch weg. Ich kann's aber das erste Mal hängen. Ich glaub, der war auf mir, die Koffer, glaub ich. Ja, der war meiner. Den auf jeden Fall. Das war Yanex. Aber der liegt ja noch, theoretisch. Ich hab' den nicht geholt. Als der Boden weg ist, dann liegt der da nicht mehr. Dann ist er jetzt weg. Na gut, war eh ein Grauer. Wusstest schon, warum ich nur ein Grauen mitnehme. Was macht ihr gerade? Ähm, Gen. Ich bin beim großen Häuschen. Links daneben. Okay, er hat den in den Keller getragen. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Vom Killer aus gesehen. Okay. Vom Killer aus gesehen. Vom Hang-Din aus richtig? Okay, der kommt jetzt, der kommt jetzt in meine Richtung. Mein Gern hat 80%? Deto. Okay, dann zieht mal durch. Der hat wirklich versucht, zu dir zu kommen. Da mach ich den gern auch nicht. Dann mach ich den gern auch nicht. Damit, ähm, ja nicht sofort sie jetzt hier. So, mein, das heißt, ja. Da läuft das mal so Sven. Sven, versuch mal Hadi zu holen. Den wollen das mal, ja. Den wollen das mal, ja. Den wollen Hadi. Den Hadi, miau. Er ist bei den Holz ungefähr, Sven. Ah, er ist in der Hütte, er ist in der Hütte. In der Hütte ist er. Er guckt im Keller gerade. Na gut. Sind nur noch zu dritt. Hau rein, Hadi. Scheiße. Miau. Wie weit war dein Gender, an dem du warst, David? Äh, ich hab grad angefangen gehabt. Okay. Ich steh grad vor dem Gender, aber der ist noch aus. Er kommt zu uns. Sven, mach den weiter. Mach den. Okay. Ich bin durch. Ich werde den, ich werde ab. Ich werde wieder den Fokus legen, weil ich hing ja noch nicht. Ich mach Team. Hi. Buiiii. Er läuft mir hinterher. Alles gut, David. Okay, nice. Los, nicht zur Kinderhütung. Sven, ich komm zu dir. Ja, Yannick. Yannick denkt sich so. Ich weiß nicht. Wieso liegt der Bär entfallen? Wer spielt den denn noch? Mann, ey. So, man hängt die Duo zu Yannick. Ich mach den gerne weiter. Ja, wie gesagt, ich hänge den letzten Mal. Alles gut. So, er läuft aktuell noch in keine richtige Richtung. Er läuft wieder zum großen Haus. Also, er hat kein BBQ. Okay. Hat er da eigentlich fallen? Nee, er ist da losgelaufen. Er hatte keine gehabt in der Hand. Ja, aber davor liegt keine. Jetzt läuft er so langsam in die... Ja, aber davor liegt keine. Jetzt läuft er so langsam in die... Zu Sven. Er läuft zu Sven. Er läuft zu Sven. Er läuft zu Sven. Ich seh's. Ich seh's. Er ist bei Sven. Sveni! Du war's! Nein, nein, yo! Bärenfalle! Ich zieh den Generator durch und dann hole ich... Wer ist denn so dumm und läuft zweimal in die Bärenfalle, ey? Mensch! Hallo, Janik! Hi! Ich bin gelingt! Ach, kann ich ja? Hi! Oh geil, hier ist Adrenalin kickt rein, jung! Geil! Ja, nice! Ähm... Sveni! Ja! Ah, David! Er kommt zu mir! Hallo, Janik! Hey, was geht da? Lauf weiter, lauf weiter, ich geh schon hier! Ich hol ihn! Ey, ich lieg gleich am Boden, Alter! Dann war's für David doch gleich, Sven! Er kommt Sven nicht abverarmen! Sven verarmen, den Weltmeister! Traum! Kommt ja nicht! Er holt ihn, Sven! Er kommt wieder, David! Er kommt zurück! David! Nein! Lol! Gut, dass er mich getroffen hat, der Nubbel! Und jetzt? Jetzt war er nicht! Janik, ich finde den hier! Ja, der beim anderen... Okay, wir... Ah... David, ist er noch bei dir? David? David! Oh nein, jetzt ist der Mikro! Er kann nix sagen! Nein! Sven! Bleib du beim Tor, ich hol David! Leute, Leute! Alles easy! Ja, ja! Er ist noch bei mir, ich bin aber bei nem Schrank! Okay! Ich fänd... Ich fänd schlag tanken! Sven, du machst das Tor auf, wenn ich sage! Okay! Bist du beim Tor noch? Ich bin beim Tor, ja! Beim rechten, ne? Nicht beim Haus! Ich bin da, wo du angefangen hast! Das war's fertig! Wo bist du? Bei den Mauern? Noch hat er mich verloren! Okay! 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 Wie ich bei dir? Einfach? Hi! Ich hab keine Ahnung! Ähm, er kommt zu mir! Bei den Mauern? Ich bin bei der Killerhütte! Ich hab das Tor jetzt auf! Oha! Okay! Weil das nicht bei mir gewesen ist! Janik, wo bist du? Bei der Killerhütte! Du bist bei der... Nice! Nice, nice, nice! Ja, ich seh dich, ich seh dich! Wo bist du? Hi! Das hier bei mir war Ausgang! Ja, rechts! Ja, da kannst rauslaufen! Halt hin so lang du kannst! Du kannst ja einen Schlag ab tanken! Ich tank sonst, ich häng auch! Jetzt häng! Okay, ja! Ab in! Pick up! Pick up! Pick up! Okay! Ich kann halt nicht so schnell laufen, das ist mein Problem! Sven, du musst tanken! Du musst tanken, Sven! Sven, die tanken! Schlag! Rudi! Sven! Lauf! Ich bin raus! Janik ist raus! Sven, geh raus! Oh! Teamwork! Das war Teamwork, Alter! Das war richtig Teamwork! Das war richtig Teamwork, Alter! Das war eine geile Runde! Hat die geopfert? Und wir sind raus! Geh, geh! Oh! Das ist das beste Teamwork vor dem Herrn, Alter! Oh! Da ist wieder ein Pip! Okay, Pip wieder auf dem Stand vor dem Stream! Gib mal hin! Ich guck! Dann kam so ein komischer Tom hier entgegen und hat gesagt, hey, ich kenne da so einen Fall! Warte mal auf Zeit, du und David noch! Äh, hier! Du und Alex noch! Wir waren im Diskurs! Wir haben im Diskurs! Wir haben im Diskurs! Wir haben im Diskurs! Oh Mann, ey! Alle, wir haben im Diskurs! Wir haben im Diskurs! Und deswegen, wie grad diese Map machen! Auch ein Gen? Ich werde hier gucken! So Sven, jetzt lass doch noch wieder die Thematik drin! Weil wir fast das hier uns wieder! Nein! Hier ist hier irgendwo ein Killer! Wie geht's dir so Sven? ich sagte doch die runde ok weg welche kelle ist es ich weiß es nicht ich habe mir das geräusch wird das mit dem doktor und die erste runde heute das fertig gemacht ja 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 krieg der wende mal abgeschmiert der franz ist mein lieblingscharakter in melke mittendrin franz ist das bester bruder aller zeiten franz ist völlig mega nice der schauspieler mir das bisschen kaputt gemacht weil er satanist ist aber der charakter war erstmal alle aufschreiben würde was auch damit rennt hoffentlich ist das einfach so dieser killer denn nur seine fähigkeiten und so gar nicht richtig spielt die doktorin gibt es ja auch ich habe mich immer noch ja der lässt sich ja nur schreien und ihren ganzen nicht was macht er denn da machen und das wird der haut ja gar nicht der hat mich ein paar mal gehauen aber immer verfehlt so dauer aber jetzt wenn okay wenn es so in der urteile singen ist dann ist er dann ist krass ist das ein ziel ding oder das normale normale ok da wie ist denn ja da kommt der doktor leute noch mal kurz anhauen und jetzt weg kann ich kann ich nicht verarschen ich kann ihn nicht verarschen der weiß alles der weiß alles aber belastend ich glaube ich glaube es ist ein konstellierung damit ist umgedreht es geht zu sven alles gut ist mir egal dann kommt jetzt das wenn komm hier lang hallo doktor renn hier stopp 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 da war doch nur so eine palette renn nein ja nicht renn ein tunneler wieso müsste es immer tunneler sein aber oben hat er keine schnelle gegen mich um bis sei denn wir schreien alle jawohl janik komm her erstmal beruhigen okay kein ei ei david ei 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 warte ei ei also ich helfe ich hab verstanden wieder geil richtig zurückgeschmiert ey was hat der gemacht sich der ein der hat doch kein gehen mehr fertig gemacht Sven du bist die einzige hoffnung auf ganz gerade ja ich bin gerade dabei ja was machen wir jetzt halte das maul hier alter hier ist ein einzelgen oben wo ist ein einzelgen hä normalerweise ist ja auch immer ein einzelgen der ist am anderen nee hier ist gar kein gen natürlich hier hä wohin seien da hä bin ich jetzt blind hier an dem einzelgen wo ich jetzt dran bin ja den der wird immer oft übersehen deswegen finde ich den hier mega geil den kenne ich gar nicht den übersehe sogar ich hallo das finde ich einer der besten gens weil der mal gerne übersehen wird ja hallo ich bin Kai Sveni wie ist es bei dir ja ich hab grad keiner bei mir das ist die teilen Jungs ist bei dir nach oben wieder geschmiert der weiß ja alles wie oft du ihn zu mir schickst ist ja der wahnsinn diese scheiß paletten ne ok alles gut den nächsten haken den er hat den mach ich jetzt kaputt theoretisch muss ich ok er macht einfach den anderen schade er geht zu mir hoch oder er kommt jetzt hoch ja okay dahinter jetzt kommt er wieder der käse klaus da oben so jetzt ist er unten ja franzes franzes hat er hat reingeschieselt ich komme nicht zu Sven gerade oh maaan franzes du idiot franzes schmiert ab erfassen genfer ich muss nur jemand nicht nach oben wahrscheinlich nicht ich guck ich guck sonst ob da oben ist versteckt sich hier oben versteckt ihn weiter ab und ich krieg da ist ich noch drei generatoren muss nur die scheiß generatoren finden das ist das wichtige okay erst einmal vorbei glaube ich weiß nicht wo du bist ja nicht aber versteckt sich irgendwo ganz gut solange du unten bist kann er dich mit der fähigkeit nicht erreichen nochmal verfehlt ich gehe wieder nach oben mit ihm ja ab dem nächsten genfer fertig seid ihr alle angehauen ernsthaft ja ich bin gleich wieder fit ihr seid alle dahinten er ist noch oben er ist wieder nach oben er ist immer noch oben er ist immer noch oben jetzt ich sehe ihn jetzt nicht mehr jetzt weiß ich nicht ob er noch oben ist naja kommt rum da glaube ich ja ich kann es oben den gen machen wenn du willst okay ist bei uns, bei uns, bei uns, bei uns oh mein Gott war das ne Pip-Runde nein, bist du tot, ah ne willst du ja gar nicht, Sven Francis, hau rein Sven was denn? ja, ich hab's gesehen, direkt von der sechste gewartet, komm Palettenpunkte ja, jetzt krieg ich keine Punkte er ist aber nicht mehr bei dir, er ist wieder bei Francis ja, wenn wir jetzt den einen Tot haben Janneke, wie weit bist du mit dem Jen? 50 ich auch gleich ich höre ihn wieder er bewegt sich wieder Sven geht zum Francis er jakt mich hä, er mich verkehrt du jakst ihn immer mehr zu mir nee, er ist ja nicht mehr bei mir er ist bei mir oder ist es eine falsche Palette? bei Francis, schnell jup, ich kehre ihn, ich kehre ihn lass recht daun Janneke, ich komm hoch oha die durch nein ich war gerade da tja aber der hat auch gehört der hat auch gehört zurück Janneke, er ist bei den Opfer, wo er kann er geht in Sven's Richtung jup, nein, ich muss mich beruhigen rip zum Generator lässt ja, warte mal oh, wie süß das aussieht wie da, wie mich im Arm hält komm, noch heilen er kommt aber hoch ne, ne Sven, ich mach die letzten Gen wo ist er denn? es gibt noch drei Stück okay, erst mal bei Sven, alles gut klar heil mich ja mega easy wie cool ist das denn, wenn man sich beruhigt, quasi nicht mehr existiert ja das war voll wild ja, ich hab mich auch schon so gewundert, hä, ich kann doch noch bei jeden trocken? wie geht denn das? und das? wahrscheinlich, weil wir in einem engen Raum sind hm er ist ziemlich direkt unter uns ich sag dir, wo der letzte Gen ist, komm mal mit naja, er nur den Sven oh Gott das war doof das war nirgendwo wenn ich ihn übernehmen soll, Sven er ist bei dem Gen, wo ich war ja, mein Gen ist schon fertig ich will ich sonst ablenken, weil Sven darf ja nicht mehr hängen ich lenke ihn schon ab ich lenke ihn ab ich lenke ihn ab ist mir auch n' Ken irgendwie? der ist fertig hier oi na? hast du irgendwie n' Ken gefunden? also Sven unten der ist fertig ja, wenn Yannick da, wo wir gerade waren da drin ist der Gen, der fast fertig ist äh, vor dem äh, bei dem Torraum ja, ja ne, der ist ja fast der ist nicht fertig ne, ne? ich hab einen ok aber der ist noch lange nicht fertig er kommst, er kommst du in deine Richtung, Sven gut aufpassen mhm kannst du mich holen? ich renner ich hab Adrenalin dabei mhm aber es werden jetzt nicht fertig deswegen ich geh nach oben naja oben ist ok Gott, er jagt mich mhm oben ist ok wenn er oben dich holt quasi dann gibt's so zwei achso, heim ne, ne, ne nicht ein lauf, lauf andere Richtung ich geh ich geh er verfolgt mich, David alles gut ich muss zu diesem Gen kommen ich hab ihn nach oben gelockt, Sven falls du nach oben bist sag ich ihm nur Bescheid ich bin wieder unten ich bin wieder unten ja, geh, geh das war's er hat den Gen wieder kaputt gemacht nee, der war fast fertig er hängt mich auf der er, auf der ersten Ebene bei den Treppen heim? bei den Treppen heim? naja, bei den Treppen wo du hängst da kommt so einen von euch tja ok ja, er hat mich scheiße Sven, nicht in die Richtung der ist trick schlecht es kommt dabei, wenn wir wenn wir, wenn wir, wenn wir wenn wir alles nicht auf gesicherung haben hat der jetzt nach oben lang da gibt's zwei Treppen du bist bei einer da kommt wieder, komm jetzt er komm jetzt zu mir das schaffen wir So ist direkt unten. Eih, direkt in die durchs Schauschfalle Müsstest du bei mir rauskommen ungefähr. Alter. Das finde ich aber zu laut, deswegen komme ich immer so. Schlafft das noch. Ren? Ja? Oder so. Tag Team. Abklatschen. Wie beim Wrestling. Let's go. Der ist der der Mir. Ok, alles klar, weg. Svenny. Wo seid ihr? Eilen. Ich muss mich beruhigen. Also. Puh. Ah, die Palette war falsch. Okay. Ich hab das Gefühl, es kommt keiner raus. Nee, das ist doch ein gefährliches Pflaster hier. Och nee. Der nächste, der hängt. Jeder von uns darf nicht mehr hängen. Da gibt's auch Säden. Nein, diese scheiß Paletten. Da war es, der hängt. Da war es noch zwei. Ich hoffe, wir konnten den Gendon machen, so ein bisschen. Ja, wir sind fast durch. Und durch. Das ist gut. Obwohl, dann hab ich Adrenalin. Ich hab das noch. Swinny! Ja! Swinny! Yahoo! Lauf! Low Forest! Lauf! Der Guy! Der ist direkt hinter dir. Low Forest, Garn! Lauf! Wenn ihr das nur lange genug ablenken könnt. Machen wir, wir machen ja alles. Wir tun alles. Oh, oh. Swinny! Nein! Das war's für ein Ablenken für Swinny. Oh, er jagt mich, er jagt mich. Krieg weg, Sven. Und lass dich dann hochheilen. David kommt. Nein, nein, David, er kommt, er kommt. Mach bitte den Gendon. Welchen Gendon? Nein! Ich hab einen Gendon. Welchen Gendon, Alter? Hi, Yannick. Hi. Hey, du bist normal? Hi. Achso, ja klar, komm her. Hallo. Er kommt noch wozu? Ich halte dich nicht. Dahin, der Ju, da wiegt. Meinst du nicht, hast du einen Schlüssel dabei? Ich hab einen gelben Schlüssel. Einen gelben. Einen gelben. Einen gelben, ja. Äh, der ist doof. Besser ist kein Schlüssel. Hm, ja gut. Ist das so? Boah, hast du da zwei Pippe bekommen. Okay, er ist, ich hab ihn gesehen. Er ist noch, er war unten mittig. Er ist irgendwo in meiner Nähe. Ey, die sind mep, ne? Ich will kein Gendon mehr. Er ist bei mir, als ob. Der ist auch schon durch, ne? Oh, Mann. Hier ist alles. Komm, bitte seine Palette. Ja. Ja, nie. Komm, was ist das? Hier ist nix. Oh, Mann. Hallo? Hi. Hä? Hey? Nein, ich bin vor Ort nicht mehr toben. Was ist denn, du? Durch die Luke. Ehre. Nein, der hang, oder? Oh, ne. Ach, da hinten. Okay, Ehre. Nein, du hörst jetzt die Luke. Das wär krass. Na, mehr bleibt mir auch nie übrig. Zum Überleben. Für die Woche werdet ihr sehr dicht schneller höher als ich. Oh, wow. Ähm. Oh, ich hab gewonnen. Wusstet ihr das Final Fantasy 7 Make für die Playstation jetzt dann kommt? Also der erste Teil von 4 oder 5. Hast du die Luke? Nein, die hat doch schon zugemacht. Ja, will das nicht. Hm. Der weiß einfach alles. Ja, wohl. Der ist der Allwissende. Der ist ein Zauberer. Ok, pass. Bright Memory empfindlich. Komm doch nicht selber raus. Oh. Mal ja, Alter. Wisst ihr noch? Bright Memory das voll krasse Japano Action beladen ist. Das RPG mit Baller Action. Was? Kosche, kosche, kosche. Yannick, das tust du jetzt nicht mehr. Oh. Alter Schwede. Alter. Alter Schwede, Yannick, du krasser. Ja, leider war das schon auf Max. Scheiße. Mama. Oh, da wäre mehr drin gewesen. Oh, God of War soll noch dieses Jahr kommen? Double püpp! Sven ist rausgeflogen. Oh nein, Sven. Oh ne. Sven will nicht mehr. Oh Mann. Sven hat keine Lust mehr. Sven mal wieder den Rage mit. Jun bei SoftBot von声 und mic. Ja, das ist nicht meine Lust. Ja, aber ich habe den Rage mit euch. Nachbar. wenn zu mir und euch, wir sind nicht andere. Ist so läuft, Vielen Dank.